Die Runde Horizon Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Overwatch, eine Runde Horizon, RANKED Zu viele Damage-Cheeler, Tanks, nicht, so einen Router Ähm, ja Hey Guys Hey Man Hey Guys Hallo zu denen auch, damit sie wissen, dass wir da sind So Schauen wir mal, ob wir eine schöne Runde hinbringen Spaß macht sie alle mal Immer Vorige Runde, die ich gespielt habe Nicht online Ähm, die Runde war nicht schlecht Aber Dann haben wir zum Flamen angefangen Dann haben die Leute wieder angefangen Nicht zum Protestieren Ich mag nicht mit dem Spielen und Gescheiße so in der Gegend Und was weiß ich was alles Ähm, nicht teamfähig Nennt sich das bei mir Die Runde wäre gewinnbar gewesen Aber nachdem natürlich alle zu streiten angefangen haben Und Protestpicks genommen haben War sie nicht mehr zu gewinnen Somit habe ich das mal lassen Weil solche Runden hat glaube ich jeder von sich selbst Wenn er Overwatch spielt Hat er selber genug davon Wo Leute irgendwie Depperts haben Das muss auch nicht auf klein werden Auf Ford und Gut Wenn Wenn es schlimm ist, wenn nicht die ignore Hallo So Jetzt besser Ja, ja, schießt da alles rum, zu Recht. Und Junkrat, Sniper gehabe ich auch, Diva sowieso. Ist der Junkrat da keine Falle hergelegt, hätte ich nicht gehabt. Okay, tun wir was. Der Junkrat kommt nochmal rein, kommt da. Nö, kommen wir nicht. Das, sieben Minuten, eine Sekunde. Boah, das ist eine Schauhausnummer. Schön für dich, wie dein Name auch immer sein soll, das meine ich ziemlich plumpsen. Ich weiß nicht, dass ihr eine Aufnahme hört, aber manchmal rede ich da so Antworten auf dem Voice-Chat. Wenn das gewünscht wird, dass ihr das hört, dann sagt sie es. Dann drehe ich es lauter, aber ich habe die extra zurückgetreten, weil manchmal quangeln die einfach mitten drüber. und es ist manchmal wirklich absolut nicht notwendig zu hören, was die da von sich gibt. Ich bin tot! 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 Genau an dem vorbei und genau zur falschen Zeit geheilt. Scheiße! Hammer! Ich bin tot! Und da? Ich bin tot! Guck mal, am Sekt da verziehen Ah, noch einmal! Ah, wo sind meine Freunde? Sind die alle irgendwo? Ja, weg! Ah, sieht nicht ausgang Ähm, nein! Das wird auch nichts sein Damage mache ich gut! Mit Killing muss ich noch ein bisschen nacharbeiten Da 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 da... Möcht Der Alltag von der Seite Fiel! Was ist weg mit dir? Was ist weg mit dir? Oh pfff So es ist ein Platz los gehts rein Es sind ein paar Platz da drin Na da wollte ich mich heilen Von Gold und nix auf Bronz und Silber naja ist einfach ein Mittelding Ja wir geben uns Mühe Einer Platz Erwischt War 2 jetzt da und gebe ich zu einem Glückstreifer Oh my god Wie viel kommen wir noch vorbei? Das Ziel gehört mir Ich bin der in die Büsche mir regnet es gleich blaue Boden Ich nehme den Punkt ein Benötiger Unterstützung Ich bin der Luft Kaffee Ich bin der Luft Oh oh Nein. Ah. Fuck. Oh. 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 Ich hab immer nachschlagen. Der steht nicht. I don't know. Why Junk spend your eyes? Eh, why do you play Junk, David? Ich bin der. Oh. Flaa. Why is that so schlecht? I don't know. I do a fucking good job with Vido and... Yeah. Yeah. Use the first round. This is the first point. You killed two of that great. Lass mir mal mein Junk red, dann seht's ob er wie das geht. Ha ha, der war gut. Are you comfortable playing Vido? Are you comfortable playing Vido? Do you think you can handle? Yes. I will try Junk red, if it's not works, you can switch to Roadhog or... Could I play Junk red instead? I'm maining him. It's my main too. Um... Let me try... Let me try a minute. If it's not works, I will switch. You can play Junk. Okay, and I will switch to Roadhog then a tank again. Yeah. Yeah. I play Junk red every day. I play Junk red every day. Come on. In 30 seconds, wait. Come on, come on, come on. Come on, are you with me? Oh, man. He's playing Junk red every day. That's exciting. Oh, let's go! Oh, there's a pretty cool Junkredge. He's playing Junkredge. Yeah, that is really cool. What are you doing? What are you doing? Let's go! If your head is up right, you can hit. schießen wenn sie einfach ja läuft läuft doch Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja bitte, läuft doch, oder? Ah, ein Soldier. Wo ist er denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich wollte jetzt nicht den Platz suchen für Sold, aber... Nee. Das war nicht mehr möglich. Leider. Aber darum habe ich gute Arbeit gelassen. Was halt ist das Ziel? Nee. Ja, das ist okay. Come on, guys. Back, 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 back. Das wird gut. Das wird gut. Gut. Jetzt schon mal gut. Guck guck. Guck. Tja, sie ist aufblatt. Wo ist es? So ist es ja leicht, den Eingang zu halten. Vielleicht wird es ja überhaupt nicht. Die Stunde hat geschlagen. Irgendwem habe ich. Ja, ich kann nicht mehr als auf einen Freund rumhupfen. Komm schon. Macht sie weg. Scheiße. Scheiße. BOOM! Der hat ja mit Doppelkiller den Bock genut. Na, Bock ich echt nicht, ey. Nee, echt. Ja, geschessen! Schesse! Mal zwei! Ja! 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 Ich verliere nicht! Andere! Heilung aktiv! Jawohl! Am Schluss hat er gespammt, die Wanda ist cool, wenn er den Map-Umbau verbaut hat. Für Junkle hat er schlecht, sagen wir mal so. Jetzt dürfte es ziemlich am Schluss gewesen sein. Und genau noch die Maltose kriegt der Nanoboost. Ja, das Spiel meinte ich war mies. Okay, macht ja nichts. War aber eine gute Runde, wir sehen uns beim nächsten Mal und... Habt Spaß, genießt den Tag und ciao! ... ... ... ... ...